TeleMais und das Restaurant Santos präsentieren Kunstturnertage Neuenhof. Am 8. und 29. April tunnen die Besten des Schweizerischen Juniorenkaders und dem Nationalkader des Gaststeams aus Brasilien. Über 400 Turnen werden an diesem Wochenende in der Turnhalle das Zentrum für Spannungssorgen und ihr Besten geben. Der Wettkampf von Königsklasse Programme 6 findet am Samstagabend ab der halben Nacht statt. Kunstturnertage Neuenhof präsentiert von TeleMais und dem Restaurant Santos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017